Jemand muss etwas wissen. Es muss doch Zeugen geben. Für das Tränen in das Ohr, dass alles in Ordnung sein wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir sind in der Leiche gefunden. Jelis, wie eingeschlafen. Ich kann nicht... Schließlich wird es hier drin gar keine Männchen geben. Ach, ihr Traumapartement hört sich aber sehr traurig an. Die Muslime verschwinden, die Juden verschwinden. So läuft das! Gewöhnlich! Soll ich rum! Nicht mehr zurück! Nein!